Ich liebe es. Ey, und heute, ne? Heute Abend kommt eine meiner Lieblingssendungen, ne? Ey, ich hab's eben schon mal angefangen, ne? Aber da kam der Postbote, da musste ich da nochmal kurz abbrechen, ne? Ey, da kommt, das heißt, Denn sie wissen nicht, was passiert. Denn sie wissen nicht, was passiert. Trisab saft, chinessef is net. Rückwärts, wer es noch nicht kennt. Und ich bin, denke ich mal, wirklich Deutschlands spontan mit Abstand bester Rückwärtssprecher. Es ist so schön, so zu sein. Ich liebe mich. Ich liebe es. Ich liebe mich. Man darf es nicht sagen, ne? Aber ich finde es einfach schön, so zu sein, so mit euch zu kommunizieren und dann auch noch rückwärts. Und dann, wenn die Menschen dann auch das vielleicht noch schön finden und die versuchen dann auch rückwärts zu sprechen. Das soll ja Weltsprache werden, rückwärts sprechen, ne? Denn sie wissen nicht, was passiert.